Heute kommt die Abrechnung von mir. Meine erste Todesdrohung. Haupttodesdrohung, sag ich dir. Moment. Ist auch eine Todesdrohung. Also während du gespielt hast quasi. Genau, jetzt ist das komplett der Hater-Podcast. Pass auf. Ich würde die bestimmt nicht um zum Lachen bringen, wenn ich das mal zu sagen tue. Leck da mal ein bisschen. Na? So, jetzt pass auf. Spider-Kids, offizielle Todesdrohung. Guck hier. Hier, das ist er. Jetzt muss ich sterben. Wenn ich das einklicke, dann sterbe ich jetzt. Dann ist das Einfangen in die Scheiben, sagt sie. Ja. Und jetzt bin ich tot. Haha, wisst du? Der schlubft ein Eis oder so raus. Ne, der schlubft ein Computer-Virus raus. Der liegt, der liegt, der liegt. Das ist das System lahm. Ne. System lahm gelegt, weil der Kistot. Todesmaschine. Hahaha. Ich bin ein Noob, aber der nicht war. Ich bin ein Noob. Jetzt kommt der Zauberer und der sagt, ich hasse dich, Spider-Kids. Du bist tot. Du bist tot. Ja? Ja? Bald gibt es neue, neue Wochenenträge. Halt die Fresse, er ist tot. Ey, der beschimpft dich. Der ist auch, weil die gerade beschimpft. Ja. Musste man 20 Tage drauf warten. 20 Tage. Gut, Leute. Da muss auch auswärts extra Part machen. Mini Part nachher. Erstmal müssen wir ein bisschen Stuff insammeln. Also, hier ist ein Geschenk. Da, hier wieder Essen gefunden. Schön. Dann brot erstmal nichts anpflanzen. Gut. Nein. 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 Ich habe fast 400.000 Minzen, Alter. Krasse, ey. War Benjamin. Ich habe 400.000 Münzen jetzt. Wirklich. Das ist schon krass, ey. Gut. Ja. Warum lassen wir unsere Kinder nicht einfach das lernen, was sie wollen? Lernen wollen. Wollen sie zum seriomonisch Rönta-Hermatiker lernen? Werden sie vielleicht seriomonisch und thermatiker? Wollen sie kochen lernen, werden sie Küche? Wollen sie schreiben lernen, werden sie wissenfalls Schriftsteller? Werden sie stirbt, wie heißt ich, Peter Griffin? Schriftsteller. 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 Wollen sie gar nicht lernen, bleiben sie eben dämlich oder werden Literaturkritiker? Ich will auch dämlich sein. Ja, so weiter geh. Ja. Oder Literaturkritiker. Das ist auch praktisch. Glaube ich, ja. Weißt du, was Literatur heißt? Weiß nicht. Das heißt quasi...